So, jetzt kommen wir mal gleich zum nächsten Thema. Ich selber bezeichne mich ja als Nationalist. Bedeutet, wenn ich bei Google Maps gucke, im Falkatlas irgendwo schaue, sehe ich einen Grenzstreifen, eine eingezeichnete Linie und innerhalb dieser Markierung ist Deutschland, meine Nation. So, ein Zionist ist mal grob gesprochen jemand, der einer anderen Nation, einem anderen Volk ebenfalls zugesteht, eine Heimat zu haben. Bei den Juden, Staat Israel, Judenzionismus, ist dieses Wort komischerweise negativ belegt. Das heißt, jemand, der exakt dasselbe tut wie ich als Deutscher, der nämlich sagt, das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat, der wird gerade von Deutschen und aus dem arabischen Raum dafür angegriffen, dass er ein Stück Land besitzt und dieses Land mit Waffen verteidigt. So, jetzt muss man, wie gesagt, differenzieren. Niemand käme auf die Idee, über Deutsche im Ausland zu sagen, ja, die Katholiken, die Evangelischen, die Neuapostolischen. Niemand würde auf den Finger mit uns zeigen und sagen, ah, die Katholiken. Aber alle tun es mit dem Juden, die sagen, ja, der Jude, der Jude, jüdischer Glaube. Nee, ich habe das schon hundertmal differenziert. Wenn ich mir Amerika anschaue, geht es nicht um die Konfession der Mehrheit, der Minderheit oder des Einzelnen. Und wenn Menschen auf Deutschland schauen, geht es nicht um die Konfession der Mehrheit, der Minderheit oder des Einzelnen. Und nach demselben Grundsatz muss man auch Israel, den Staat Israel betrachten. Es geht nicht um den Glauben der Mehrheit, der Minderheit oder des Einzelnen, sondern das Parameter meiner Sichtweise, meines Nationalismus, verbietet mir, einen anderen Maßstab auf andere Nationen anzulegen, wie ich es auf meine eigene tue. Das heißt, wenn ich mich als Nationalist dazu bekenne, dass Deutschland von einer Grenze umschlossen ist und mein Land mit den Bürgern, mit denen ich hier lebe, meine Nation ist, dann muss ich das auch anderen zugestehen. Das ist der springende Punkt. Und hier wird immer wieder differenziert. Die Juden haben sich das Land ja zu Unrecht genommen. Nein, wurde nicht. Es wurde aufgeteilt, es wurde zugewiesen, sie haben sich dort niedergelassen und es gibt Konflikte. Aber schaut mal, wie Deutschland entstanden ist. Schaut mal, wie in Deutschland die Grenzen zwischen einzelnen kleinen Bevölkerungsgruppen, die Bayern, die Sachsen, die Westfalen, die Teutonen, wir haben, das ist unsere Geschichte. Hier wurden Grenzen verschoben, hier wurden Volksgruppen zusammengelegt, hier wurden Kriege geführt und aus dem ganzen Scheiß ist eine große Nation entstanden, die wir heute alle aus Deutschland kennen. Und diese Geschichte bei uns, die hat tausend Jahre gedauert. Oder zweitausend, ich weiß es nicht genau, ist auch egal, aber sie hat sehr lange gedauert. Das ist also nichts, was innerhalb von acht Wochen hier über den Tisch war, sondern hier wurden jahrhundertelang Kriege geführt, um jeden Meter Boden, den irgendeiner für sich beansprucht hat. Und die Geschichte der Juden, das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, die Geschichte der Juden ist etwas, was es eigentlich noch gar nicht gegeben hat. Das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es ein Volk, was aus Millionen Menschen besteht und die haben kein Stück Erde gehabt, wo sie sagten konnten, das ist meine Heimat. Das ist der springende Punkt. Das, was für mich heute selbstverständlich ist, dass ich sage, meine nationalistische Grundhaltung, und die ist ja, wie gesagt, ich bin ja völlig gewaltfrei mittlerweile, außer wenn Gewalt unbedingt sein muss. Aber was für mich das Normalste der Welt ist, muss ich im Umkehrschluss auch jeder zurzeit heute existierenden Nation auch zugestehen. Und das ist der springende Punkt. Und genau da scheitern ja Gedanken, da kommen diese komischen Interessenkonflikte da. Wie gesagt, ja, aber der Juden hat sich das genommen. Nein, hat er nicht. Ihm wurde es zugewiesen nach dem Krieg. Das war die logische Konsequenz, dass ein Volk, was aus mehreren Millionen verstreuten Menschen auf der Welt existiert, ein Stück Land besitzen muss, um dort drauf zu schreiben, das ist meine Heimat. Und genau wie wir als Nationalisten sagen, unsere Heimat, unser Boden, der auf Jahrhunderten Kultur und Geschichte besteht, verteidigen wir mit Waffengewalt. Genauso muss man anderen Nationen das eben auch zugestehen. Und das ist das, was ich hier immer versuche zu propagieren. Es geht nicht darum, der super gerechteste Geschichtenerzähler zu sein. Es geht nicht darum, dem einen oder anderen mehr oder weniger Schuld zu geben. Es geht einfach darum, dass wer eine friedliche Welt haben will, der muss das Maß, mit dem er sich selber positiv versucht zu messen, dasselbe Maß muss er auf andere Leute anwenden. Und wer das nicht kann, hat hier in dieser Neuzeit meiner Meinung nach nichts zu suchen. Das ist der springende Punkt. Und es geht nicht darum, dass ich hier Mett im Schädel habe, oder wie gesagt, hier meinen Schädel mit total wilden Nazi-Ideologien füttert, oder sonst etwas, sondern ich verifiziere hier heute meine eigene Grundhaltung im 21. Jahrhundert, weil ich mich weigere, in einem System zu leben. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, deren fanatischer Blick in die Vergangenheit eine angeblich bessere Zukunft verspricht. Das wird nicht funktionieren. Und so clever muss hier draußen eigentlich bei euch jeder sein. Diese Horrorgeschichten, dieses Unrecht, was hier passiert, diese ganzen Probleme, die wir gesellschaftlich haben, stehen im Prinzip mit einer Geschichte der Neuzeit in Verbindung. Aber keineswegs mit dem Staat Israel oder dem deutschen oder der arischen Geschichte gar nicht. Sondern das ist einfach im Moment eine temporäre Phase auf der Welt, wo sich eben Pole und Interessen verschieben. Und da muss man auch ganz klar differenzieren. Und es kann nicht sein, wie gesagt, dass also eine Nation wie der Staat Israel ständig hier in diesem Konflikt, in den er genauso übrigens verwickelt ist, mit vielleicht ein Eigeninteresse, wie viele andere auch. Der Amerikaner ist drin verwickelt, der Engländer, die Deutschen, wir sind alle drin verwickelt. Und man kann mir doch nicht erzählen, dass wir nicht auch ein Eigeninteresse haben. Wo auch immer das liegen mag. Es geht nicht darum, hier einen moralischen Cut zu ziehen und zu sagen, ja, die einen sind jetzt besser und die anderen sind jetzt schlechter. Darum geht es nicht. Es geht darum, wer halbwegs intelligent ist, muss dasselbe Maß zum Messen nehmen, wie er für sich in Anspruch nimmt. Und dafür setze ich mich ein. Und deswegen weigere ich, ich kann gar nicht braun werden. Ich kann nicht faschistisch werden, weil ich da scheinbar zu intelligent für bin, weil ich heute noch Unrecht erkenne. Und wie gesagt, wenn mit unterschiedlichem Maß gemessen wird, geht der Deutsche auf für Barrikaden und sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, aber der Umkehrschluss muss sein, dann darf ich es auch nicht mit anderen tun. Und genau dafür setze ich mich ein. Jeden verschissenen Tag, den ich hier sitze. Ich glaube auch nicht, dass ich die große Mehrheit hier draußen erreichen werde. Aber es kann auch nicht sein, dass eine Minderheit versucht, hier die Bude auf links zu drehen. Und wenn die noch braun ist, die Minderheit, dann bin ich raus aus der Nummer. Dann halte ich dagegen. Das ist meine Mission. Musste mal gesagt werden.